Ewa Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Verkostung à la Khalid. Und ja, Freunde, ich wollte als allererstes mal sagen, vielen, vielen Dank für die 10 Likes. Ich kann mich doch auf euch verlassen, wenn es ums Essen geht, weil ich nochmal gesagt habe, hier habt ihr es. Und ja, auf jeden Fall danke nochmal und falls ihr wirklich noch mehr davon sehen wollt, lasst es mich gerne bitte wissen in den Kommentaren, schreibt mir bitte gerne was da drunter und ja, was gibt es noch zu sagen? 10 Likes haben wir diesmal geschafft. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das verdoppeln könnten auf 20 Likes. Ich bin mir sicher, wir können das schaffen. Tut mir den Gefallen, teilt dieses Video oder von mir aus euren Freunden. Vielleicht habt ihr auch Spaß damit. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ja, lasst uns die 20 Likes knacken und ja, da werde ich sagen, wenn es so weitergeht, kann man immer mehr raushauen. Und sorry nochmal für die Verspätung. Ich stand leider im Stau und ich bin leider platt wie der Flunder und wundere mich gerade, dass ich noch dieses Video schaffe. Anscheinend motiviert ihr mich durch die kleinen Antworten und Kommentare unter den Videos. Und ja, jetzt würde ich sagen, genug gelöst, Freunde. Viel Spaß mit dem Video und bis dann. Lasst einen Liken, einen Kommentar da. Bis dann, euer Khaled ist draußen. Ciao. Ja, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khaled. Und herzlich willkommen zu einer neuen Verkostungsfolge aller Big Mac. Ja, Freunde, heute werden wir den Big Mac essen. Und ja, Freunde, ich werde, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, mal von jedem etwas probieren. Ich glaube, ich denke mal, so Menü und Burger allein dauert halt ein bisschen länger für, äh, und ich denke, nicht jeder möchte das sehen, also mit Pommes und so weiter. Deswegen habe ich mich entschieden, halt nur den Burger. Und ja, wenn ihr das gerne auch so haben möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und wenn, äh, wenn ihr halt in der Mehrheit dafür seid, dass ich halt nur die Burger probiere statt zusammen, äh, Pommes und, äh, und die Burger, dann bleibe ich halt auch nur bei den Burgern. Und ja, Freunde, ich würde sagen, fangen wir mal an. An dieser Stelle würde ich mich wie immer gerne freuen, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lässt. Und, ja, ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Und, ja, ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Und, ja, ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt noch ein Stück, ey. Das ist komisch. Eigentlich, äh, es schlimmert den ganzen Burger auf. Zumindest letzter Stück, ey. Ja Freunde, ich bin fertig mit meinem Bauch und den Nerven und ja, ich weiß nicht was ich mir dazu sagen soll, war auf jeden Fall sehr lecker und ja. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ich einfach am Anfang und am Ende erwähnen soll, ob ich noch irgendwas vergessen habe, könnt ihr mir gerne nochmal schreiben, ansonsten würde ich sagen, war es das von mir und ja, tut mir an der Stelle einen gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zur nächsten Verkostung à la Khaled und ja, bis dann, euer Khaled ist draußen, ciao. Ciao. Ciao.